Ja, guten Morgen. Hallo, liebe Gemeinde. Hallo, liebe Besucher. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und ja, ich möchte euch einfach herzlich begrüßen, auch noch mal zu diesem Ostergottesdienst. Und ja, wie schön ist es, dass wir Ostern feiern können. Und das können wir, ja, immer feiern und egal, was ist. Denn Ostern, ja, ist passiert. Ostern ist eine Tatsache. Ostern ist da. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich will meine Predigt anfangen mit einem fiktiven Bericht, einem Tagebucheintrag eines eines der Jünger Jesu. Das ist wirklich nur ganz fiktiv. Es gibt sowas nicht. Aber es gibt vier Evangelien, in denen die Berichte der Jünger wiederzufinden sind. Und so ist es dann doch nicht ganz so fiktiv, was ich hier verfasst habe. Ich möchte das jetzt einmal vorlesen, um euch ein bisschen mitzunehmen in diese Welt, in diesen Moment, in diese letzte Woche vor der Auferstehung. Diese letzte Woche, wo Jesus mit seinen Jüngern oder die Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem verbringt. Ich fange einfach mal an zu lesen. Sonntag. Wir sind in Jerusalem angekommen und erleben einen Empfang, der einem König würdig ist. Menschen legen ihre Kleider auf den Weg und rufen Osanna. Wir spüren die Aufregung in der Stadt. Die Luft knistert. Menschen sind aufgeregt und voller Erwartung. Die heilige Stadt ist wie jedes Jahr voller Pilger aus dem ganzen Land. Leute kampieren vor den Toren der Stadt. Viele von ihnen kennen den Meister und sind auf unserer Seite. Ich weiß nicht, ist das der große Wendepunkt? Wird Jesus an diesem Passerfest seine Königsherrschaft antreten? Und wenn ja, wer wird dann seine rechte Hand? Wer wird sein Stellvertreter? Bei diesen Gedanken bekomme ich eine Gänsehaut. Und überhaupt werden mit Gottes Hilfe der römische Stadthalter Pilatus und dieser Witz von König Herodes Antipas aus der Stadt gejagt? Wenn ja, dann wird endlich Davids Sohn, so nennen manche den Meister, seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron Israels einnehmen und in Gerechtigkeit über dieses heilige Land herrschen. Das Reich Gottes ist nah, zum Anfassen nah. Das war doch die ganze Zeit die Botschaft des Lehrers. Ich habe keinen Zweifel, dass unser Gott ihn auserwählt hat, um der Messias zu sein. Ich habe nie jemanden getroffen, der Gott so nah ist wie er. Doch manchmal ist der Rabbi in letzter Zeit auch traurig gewesen. Dann hat er schwermütige Dinge gesagt, über die ich jetzt nicht weiterschreiben möchte. Montag. Der Meister hat einen mittelgroßen Aufruhr im Tempel angezettelt. Er hat den Sadduzean schwere Vorwürfe gemacht, sprach vom Tempel als Räuberhöhle. Dann heilte er noch einige Kranke, bevor wir wieder gingen. Dienstag. Die Lage spitzt sich zu. Heute haben sie versucht, den Meister eine Falle zu stellen. Aber so schnell lässt sich Jesus nicht einfangen. Er ist wirklich klug wie eine Schlange, aber auch sanft wie eine Taube. Danach gab es noch einige provokante Gleichnisse an seine Gegner gerichtet. Das hat sie nicht gerade beruhigt. Ich mache mir langsam Sorgen. Der Meister scheint es auf die Spitze treiben zu wollen. Am Ende noch einige düstere Worte über die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Ich verstehe das alles nicht. Mittwoch. Bin langsam immer mehr beunruhigt. Heute waren wir bei Simon, dem Aussätzigen, zu Besuch. Kommt eine Frau mit dem edelsten Salböl rein und gießt es Jesus auf den Kopf. Aber es war nicht eine Salbung, wie Samuel damals David zum König salbte. Der Meister sagte, dass die Frau ihn im Voraus für sein Begräbnis geseibt habe. Glaubt der Meister selber nicht mehr an das, was er uns einst predigte? Donnerstag. Wir feiern zusammen Pessach. Jesus wäscht jedem von uns die Füße. Er spricht von seinem Leib und seinem Blut, welches er für uns vergießen wird. Dann redet er von Abschied und dass wir ihn nicht mehr sehen werden und vieles mehr. Wir sind alle fertig. Es war eine heftige Woche bis jetzt. Judas ist verschwunden. Jesus geht mit uns in den Garten Gethsemane auf dem Ölberg, da wo wir die letzte Woche oft waren. Er will alleine beten. Wir sollen warten und auch beten. Dann Geräusche, Männer mit Waffen. Judas küsst Jesus. Aber scheinbar, um ihn im Dunkeln für den bewaffneten Haufen zu kennzeichnen. Es kommt fast zu einem Kampf. Petrus benutzt sein Schwert, aber der Meister schillt ihn. Lässt ihn dann freiwillig, lässt sich dann freiwillig abführen. Wir sind einfach alle weggelaufen. Einfach dem niedrigsten Impuls nachgegeben. Heimlich verfolgen manche von uns die Tempelwache bis zu dem Haus des hohen Priesters. Wenig später läuft Petrus weinend fort. Freitag. Das Schlimmste ist eingetreten. Schlimmer als meine übelsten Träume. Das Böse hat triumphiert. Wieder mal ist ein Prophet Gottes in der heiligen Stadt ermordet worden. Pilatus konnte Jesus nicht schützen oder wollte nicht. Und dann kam die Krönung des Meisters. Aber wie eine abartige Perversion einer wahren Krönung. Seine Krone war nicht aus edelstem Gold. Seine Krone wurde ihm aus geworden gefluchten. Sie wurde ihm regelrecht am Kopf festgehämmert. Sie trieben ihren üblen Spott mit ihm, hängten ihm einen Mantel um und knieten vor ihm nieder, um ihn zu verhöhlen. Dann der Tod am Holz grausam. Zwischen zwei Terroristen hängt unser geliebter Lehrer. Dunkelheit in mir, in Jerusalem. Wir konnten den Meister in ein edles Grab legen, schnell provisorisch in ein Leintuch gehüllt. Die Frauen und auch ich weinen die ganze Zeit. Wir können nicht aufhören. Alles ist zerbrochen. Wir haben es einfach nicht kommen sehen. Wir sitzen alle zusammen, aber keiner sagt was. Alle gucken ins Nichts, aber niemand sieht was. Unsere Herzen sind aus Eis. Ja, danke Wanja. Liebe Gemeinde, Ostern wäre ein sehr, sehr trauriges Fest. Eigentlich, wenn es die Auferstehung nicht geben würde, dann wäre Ostern einfach nur ein Todestag, den wir feiern würden. Ja, ein sehr bedeutender Todestag vielleicht. Der Todestag eines großen Mannes, eines bedeutenden Religionsstifters. Der Todestag eines Mannes, den wir vielleicht verehren. Oder der unser Vorbild ist, an dem es sich lohnt, ein Beispiel zu nehmen. Wenn die Auferstehung nicht wäre, dann wäre Ostern nur ein sehr kurzes und trauriges Fest. Vielleicht einen Tag lang. Wir würden daran denken, ja, an das, was wir gerade in diesem fiktiven Zeugenbericht gehört haben, an die Kreuzigung, an die Woche davor und das traurige, tragische Ende unseres Helden, unseres Meisters, unseres Vorbildes, unseres Lehrers. Ein Mann, der gute Dinge gesagt hat über Gott und weise war. Aber das wäre dann auch das Ende. Mehr wäre da auch nicht. Mehr wäre auch dieser Jesus nicht. Und wir würden ihn auch einfach nur vielleicht Jesus von Nazareth nennen und nicht Jesus Christus. Denn das Christus heißt ja Messias, Geseibter. Und wäre das Kreuz das Ende gewesen seiner Reise, dann wäre es nur Jesus von Nazareth und nicht Jesus Christus, den wir heute Morgen feiern und an den wir denken wollen. Und das ist sehr wichtig. Und da zeigt sich vielleicht auch schon gleich am Anfang meiner Predigt, wie wichtig die Auferstehung ist. Und dass wir nicht einfach beim Kreuz stehen bleiben können. Ich sage wirklich bewusst können, weil das geht nicht. Dann ist unser Glaube nichtig. Und das wird gleich auch nochmal, da werden wir auch noch Paulus lesen, der das sagt. Aber genau das ist Ostern ja eben nicht. Ostern ist ja eben nicht nur ein, ja, ein Gedenktag an den Tod eines guten Mannes. Ostern ist ein verrücktes Fest. Ein Fest, wo wir fröhlich sind und dann dem etwas gefeiert wird, was eigentlich völlig unmöglich ist. Es ist etwas Undenkbares passiert, etwas Unvorhergesehenes. Sogar die engsten Freunde von Jesus haben das nicht kommen sehen, was an diesem Tag passiert ist. Heute, vor vielen, vielen Jahren. Keiner hat damit gerechnet. Und ich habe so ein paar Kommentare auch schon gelesen in den Medien, in den Zeitungen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher zum Gottesdienst eine Predigt, eine Predigt sage ich schon. Ja, Journalisten können auch manchmal predigen oder betätigen sich auch als Pfarrer in diesen Zeiten mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ein Kommentar von einem Journalisten vom Hamburger Abendblatt, der sagte, ja, die Osterbotschaft ist dieses Jahr wichtiger denn je. Und sowas ähnliches lese ich eigentlich jedes Jahr in den Medien. Und dann kommt immer diese Stimmung. Ja, ihr Christen, ihr müsstet doch jetzt eigentlich jubeln. Ihr müsstet uns doch jetzt eigentlich einen Push geben nach vorne. Von ihr Christen müsstet doch jetzt eigentlich, ja, uns dabei helfen, an das Gute zu glauben. Eine Hoffnung zu haben für die Zukunft. Das ist doch euer Job. Ja, so hat der Mann das ungefähr ausgedrückt. Und ja, eigentlich hat der Mann recht. Er hat recht. Genau das ist es. Ja, wer soll denn sonst in schweren Zeiten voller Hoffnung und voller Freude sein? Entweder es sind verrückte Geisteskranke oder es sind Christen, die eine Hoffnung haben, die an eine Hoffnung glauben, die unverbesserliche Optimisten sind, wenn ihr so wollt, in einem bestimmten Sinne. Weil da eine Hoffnung ist, eine Zusage ist von Gott. Sie sind nicht einfach Optimisten um des Optimismus willen. Sie bauen ihren Optimismus auf eine Zusage. Sie haben einen festen Grund für ihre Hoffnung und das ist Jesus Christus selber. Und die Auferstehung, Ostern. Lass uns noch ein bisschen darüber nachdenken. Die Jünger sind, und ich glaube, das kam gut rüber in diesem fiktiven Zeugenbericht, die Jünger sind niedergeschlagen, bevor sie Jesus treffen. Sie sind am Boden. Sie sind zerstört. Ihre Träume sind zerplatzt wie Seifenblasen oder wie Ballons. Ja, es waren wunderschöne Ballons. Es waren herrliche, goldene Ballons. Es waren die schönsten Ballons, die es überhaupt gibt. Aber puh, puh, puh. Ihr wisst ja selber, wie schön oder wie zerbrechlich die schönsten Dinge des Lebens sind, oder? Ob das jetzt ein Mensch ist, den ihr liebt, ob das jetzt, ja, vielleicht so eine Blume ist. Die sind noch nicht mal aufgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht, die Tulpen, ja. Oft sind die schönsten Dinge des Lebens auch die zerbrechlichsten Dinge des Lebens, oder? Und auch manchmal unsere Träume, unsere Hoffnungen oder, ja, ihr kennt das sicherlich, wenn solche Träume platzen, wenn diese schönen Dinge zu Bruch gehen. Das ist unglaublich schmerzhaft. Vielleicht wurde jemand von euch mal richtig mies enttäuscht. Von, vielleicht von seinem Ehepartner. Ehebruch. Jemand ist untreu, geht fremd. Da zerbricht doch ein Traum, oder? Da zerplatzt doch ein wunderschöner Ballon. Eine Hoffnung auf die Zukunft mit dieser Person. Zerbricht scheinbar innerhalb von Sekunden. Ändert sich alles. Das ganze Leben. Dein ganzes Leben. Deine ganze Zukunft ist auf einmal neu, scheint neu geschrieben zu werden. Oder auf einem ganz anderen Blatt zu stehen. So geht es den Jüngern. Sie haben gehofft, das habe ich versucht auszudrücken, auf etwas ganz anderes. Sie sind am Anfang noch von etwas ganz anderem ausgegangen, was dort passieren würde in Jerusalem. Und dann passiert das Schlimmste, womit sie eigentlich nicht gerechnet haben oder nicht rechnen wollten. Worüber sie nicht nachdenken wollten. Jesus stirbt und wird gekreuzigt. Und dann wird er in ein Grab gelegt. Und dann lesen wir in Lukas 24. Wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, könnt ihr gerne mitlesen. Sonst versuche ich auch laut und deutlich zu lesen. Ich lese jetzt hier in Lukas 24 einen Teil der Auferstehungsgeschichte. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Es geht hier um die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen. Und jetzt ist es schwer, die Betonung zu finden, finde ich, für diesen Satz. Diesen Satz kann man ganz unterschiedlich lesen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr fröhlich gesagt wurde. Was sucht ihr den lebenden beiden Toten? Was macht ihr hier? Warum geht ihr auf einen Friedhof, um Jesus zu treffen? Hä? Man geht doch nicht auf einen Friedhof, um jemanden zu treffen, der lebt. Ja, es ist ein bisschen, dieser Satz ist so ein bisschen tricky. Aber vielleicht wurde er auch ganz anders gesagt, ganz ernst. Ich weiß es nicht. Das wissen wir nicht. Das ist immer die Herausforderung, wenn man Bibeltexte vorliest. Was sucht ihr den Lebenden oder den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass doch, ja, dass die Engel fröhlich waren, als sie das sagten. Denn es war, es ist ein freudiges Ereignis. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Liebe Online-Gottesdienst-Teilnehmer, ich weiß nicht, wie ich euch richtig ansprechen soll. Liebe Gemeinde, klingt immer sehr kirchlich, aber ja, wir sind ja auch eine Kirche. Der christliche Glaube endet eben nicht am Kreuz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die oder das Evangelium endet nicht am Kreuz. Und auch die vier Evangelien, die wir hier vorliegen haben in unserer Bibel, in unserem Neuen Testament, enden nicht am Kreuz. Sie gehen weiter. Die Story geht weiter. Die Evangelien enden mit der Auferstehung und mit dem Aussendungsbefehl an die Jünger. Die Auferstehung ist sozusagen das Ende. Ja, haben die Evangelien ein gutes Ende, ein Happy End? Ja, haben sie. Es sind vier Berichte mit einem Happy End und mit einer ganz wichtigen Botschaft zum Schluss. Und unser Glauben, in unserem Glauben, im christlichen Glauben hat nicht der Tod das letzte Wort, sondern das Leben. Und ihr merkt schon, ich versuche genau das zu tun, was diese Radioreporter und diese Journalisten immer sagen. Christen, gebt uns doch ein bisschen Hoffnung. Nehmt es mir nicht übel. Ich werde jetzt versuchen, euch ein bisschen Hoffnung zu machen, weil ich diese Hoffnung glaube, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es einen Grund gibt zu hoffen, dass es einen Grund gibt, optimistisch zu sein. Aber den gibt es nicht ohne Gott. An alle, die jetzt hier auch zuschauen und die noch überhaupt nicht gläubig sind, in dem Sinne, dass sie wirklich dieses feste Vertrauen auf Gott haben. Dass sie dieses feste Vertrauen auf Jesus Christus haben als ihren Retter und ihren Herrn. Es gibt Hoffnung, aber diese Hoffnung ist verknüpft mit Gott. Und nur mit ihm gibt es Hoffnung. Das ist nicht nur, das ist nicht nur in unserem ganzen Leben so, das ist wirklich in allen Dingen so. Wenn wir Gott außen vor lassen, ja, dann ist es hoffnungslos. Ja, dann gibt es auch hoffnungslose Fälle, hoffnungslose Schicksale. Aber wenn wir Gott mit einbeziehen in unser Leben, wenn wir ihn einladen, wenn wir Jesus Christus einladen, wie es so viele Menschen in den Evangelien gemacht haben, dann, wenn ihr diese Berichte mal lest, bitte lest das Lukas-Evangelium mal. Oder von mir aus auch die anderen. Es ist egal. Lest diese Geschichten und ihr werdet sehen, Menschen, die Jesus eingeladen haben in ihr Leben, deren Leben hat sich komplett verändert. Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Jesus kann dein Leben auf den Kopf stellen. Daran glaube ich. Er kann dein Leben umwenden. Wirklich um 180 Grad. Eine ganz neue Richtung geben deinem Leben. Und du brauchst das, wenn du Hoffnung haben willst. Wenn du Leben haben willst, dann brauchst du Jesus Christus. Dann brauchst du ihn. Das ist ganz wichtig. Denn außerhalb von ihm, ja, ist die Lage wirklich hoffnungslos. Aber Gott ist da. Und er lädt dich ein. Oder er wartet darauf, dass du ihn einlädst zu dir nach Hause. Ja, ihr sitzt jetzt alle in euren Wohnzimmern oder in eurer Küche oder manche sogar in ihrem Bett. Das weiß ich. David Sprenger, viele Grüße. Du bist krank. Du darfst im Bett liegen. Manche von euch sind krank, liegen im Bett. Ihr müsst Jesus zu euch nach Hause einladen. Ladet ihn zu euch nach Hause ein. Verbringt diesen Tag, diesen Ostersonntag zusammen mit Jesus. Und wenn du das noch nie gemacht hast, lad ihn doch einfach ein im Gebet heute. Auch wenn du sagst, ich bin mir gar nicht so sicher. Mach es einfach. Ich habe es gemacht vor vielen Jahren. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Ich war mir auch nicht so sicher. Wirklich. Ich war mir nicht so sicher. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich mache es einfach. Ich probiere es einfach mal aus mit Gott und mit diesem Jesus. Und glaubt mir, Leute, mein Leben, ja, da hat mein Leben eigentlich so richtig erst angefangen. Ein neues, ein ganz neues Leben mit einer ganz neuen Hoffnung auf einer ganz neuen Grundlage. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Tut das. Und ja, ich bin Pastor. Das ist mein Job. Ich muss diese Dinge sagen. Aber ich glaube diese Dinge auch von Herzen. Wirklich. Also, und ihr habt hier in den Ostergottesdienst reingeschaltet. Nicht in irgendeinen Larifari. Ihr habt hier nicht irgendwie eine Bundestagsvertragung oder irgendwas. Hier geht es nicht um Politik. Hier geht es um das ewige Leben, um unseren Glauben, um ganz essentielle, andere und sehr, sehr wichtige Dinge. Also, lass dich auf diese Botschaft ein. Lass dich auf Ostern ein. Lass dich auf die Auferstehung ein. Wisst ihr, es gibt so viele Schwarzseher auf dieser Welt, so viele Pessimisten. Aber das sollten wir Christen eigentlich nicht sein. Denn wir Christen haben immer einen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Wir haben immer einen Grund, an den guten Ausgang zu glauben der Dinge. Wenn sie mit Gott verknüpft sind, wenn Gott im Spiel ist, dann haben wir Christen immer eine Hoffnung. Und wir sind keine Pessimisten, wir sind keine Fatalisten. Wir sollten auch nicht als Christen und Geschwister, da möchte ich euch bitten, passt auf. Passt auf, dass ihr nicht in den Chor des Pessimismus mit einstimmt, dieser Tage. Das kann sein, dass ihr in den politischen Chor des Pessimismus mit einstimmt oder in irgendwas anderes. Diese ganz anderes Lied singen als Christen. Wir sollten ein fröhliches Lied auf den Lippen haben. Unser fröhliches Lied ist kein naives, dummes Lied. Es ist kein oberflächliches, fröhliches Lied, was wir singen. Es ist ein sehr deepes, tiefes Lied, was auch Trauer kennt und Leid. Das haben wir gerade gelesen. Das Kreuz ist doch da. Ja, Jesus war doch am Kreuz und das ist auch wichtig für unseren Glauben. Aber unser Lied ist ein fröhliches Lied, trotzdem, trotz alledem. Und das macht, ich glaube, auch unseren Glauben so einzigartig, so unique, dass wir wirklich, ja, wir haben diese Deepness, wir haben diese Tiefe, aber immer mit dem Blick nach oben. Immer mit dem Blick, ja, in die Zukunft. Manche nennen uns konservativ. Nein, wir sind nicht konservativ als Christen. Im Gegenteil. Wir schauen nach vorne. Wir vergessen das, was hinten liegt. Crazy, oder? Wir sollten ein anderes Lied singen. Lasst uns das Lied unseres Herrn, lasst uns das Lied von Jesus singen. Lasst uns das Lied der Auferstehung singen. In den Zeiten, wo alle das Lied des Dramas singen, des Todes, des Schwarzsehens singen. Lasst uns das Lied der Hoffnung singen. Lasst uns das Lied der Auferstehung singen. Dass Menschen es hören können. Hey Leute, nur wenn wir das reden, nur wenn wir ganz klar verkünden, woran wir glauben und es auch sagen, können Leute mit daran teilhaben und sich auch wirklich überlegen, vielleicht möchte ich das auch. Ja, vielleicht ist dieser Jesus auch jemand für mich. Vielleicht brauche ich auch diesen Jesus. Aber wenn wir nicht von ihm reden und von der Auferstehung und der Hoffnung, die wir haben in ihm, wie sollen die Leute ja darin teilhaben? Manche sind ja genervt, dass wir Christen immer von Jesus reden. Manche sind ja wirklich, werfen uns das Regelrecht vor, diesen Missionseifer. Ihr Christen, ja gerade ihr Evangelikalen, immer missionieren, evangelisieren, allen Leuten immer diese Sache mit Jesus auf die Nase binden. Ja, wir können nicht anders. Wir sind begeistert und wir glauben, dass das wichtig ist. Was sollen wir denn machen? Leute, was sollen wir machen? Wir müssen davon sprechen. Das hat unser Leben verändert. Von was sollen wir denn sonst sprechen? Von irgendwelchen Nichtigkeiten, die uns eigentlich gar nicht interessieren? Leute, nehmt es uns nicht übel, aber das ist unser Lied und das singen wir auch. Und heute, lasst uns das auch heute singen, in den sozialen Medien. Lasst es uns in den sozialen Medien singen, das Lied der Auferstehung. Lasst es uns in unserem Freundeskreis singen. Lasst es uns auf der Arbeit zwischen unseren Kollegen singen, das Lied der Auferstehung. Weil wenn wir es nicht singen, ertönt dieses Lied nirgendwo in Deutschland. Denn die anderen kennen dieses Lied nicht. Und sie können auch nichts dafür. Vor allem nicht, wenn wir das Lied nicht singen, dann können sie es auch nicht kennenlernen. Wenn wir nicht von der Hoffnung sprechen, wie sollen unsere Mitmenschen Hoffnung finden? Und ich weiß, das ist manchmal so schwer. Ja, wir schämen uns. Diese Hoffnung ist doch so naiv. Die Auferstehung ist doch so, ja, unglaublich. Es ist nicht wissenschaftlich völlig unmöglich, was da passiert ist. Geschwister, lass uns nicht, ja, und ich sage das zu mir selber, lass uns nicht so zurückhaltend sein. Lass uns weniger deutsch sein. Lass uns wieder mehr über unseren Glauben reden. Geschwister, wirklich, sind wir da wirklich mutig? Es tut doch keinem weh. Im Gegenteil, unsere Botschaft ist doch so gut. Wir haben doch eine Freudenbotschaft. Wir haben doch keine, ja, keine Hiobsbotschaft. Im Gegenteil. Es ist eine, ja, eine Post-Hiobsbotschaft. Es ist eine Botschaft über Hiob hinaus. Ja, es gibt Leiden. Und das ignorieren wir doch auch nicht als Christen. Nein, wir, nein, wir, das ist sogar essentiell wichtig für unseren Glauben, dass es dieses Leiden gibt. Und unser Herr, unser Gott hat gelitten am Kreuz. Aber er ist auferstanden. Wir haben trotzdem eine Hoffnung. Es gibt unglaubliches Leid. Ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt schon an Corona gestorben sind und an anderen Krankheiten und an den ganzen Kriegen und so weiter. Das ist furchtbar. Aber Hoffnung ist trotzdem noch da und wird auch nie sterben. Wird auch immer bleiben. Also ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ein bisschen Angst hatten. Auch als sie hier Jesus dann gesehen haben. Es kommt dann die Geschichte von den Emmausjüngern in Lukas. Dann kommt eine Begegnung mit Jesus in Vers 36 von Lukas 24. Während sie noch am Erzählen waren, Lukas 24, Vers 36, der Auferstandene erscheint der ganzen Jüngergemeinschaft, ist hier bei mir die Überschrift. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, wie konntet ihr das zulassen, Versager? Nein, oder? Nein. Nein. Begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck. Denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in eurem Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße, dass sie es vor Freude noch immer nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten. Ich bin einfach nicht umhin gekommen, liebe Geschwister, an Josef zu denken. Und es mag daran liegen, dass wir mittwochabends im Abendgottesdienst hier gerade die Geschichte von Josef gelesen haben in dieser Gemeinde. Und ich glaube, das haben wir auch alles, nee, das haben wir nicht alles auf Video, aber die letzten Teile von dieser Reihe haben wir sogar auf unserem YouTube-Kanal. Und diese Geschichte von Josef, viele kennen die von euch. Josef wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern, fast umgebracht, ermordet von seinen eigenen Brüdern. Und ist das nicht auch die Geschichte von Jesus eigentlich ähnlich? Gibt es da nicht ganz viele Parallelen, oder? Jesus wurde auch verraten von seinen eigenen Leuten, von seinem eigenen Volk verraten. Es waren keine Fremden. Ja gut, die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt, aber es waren seine eigenen Brüder und Schwestern, die gerufen haben, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Und es waren Josefs Brüder, die gesagt haben, lass ihn uns töten. Und dann war es ein Bruder, der gesagt hat, nein, lass es uns nicht tun. Das ist zu viel. Aber dann haben sie ihn verkauft und hatte nicht auch einer der Jünger Jesus verkauft, Judas? Und hatten nicht alle Jünger auch ihren Meister im Stich gelassen, ihren Lehrer, ihren Geliebten? Im Garten Gethsemane sind doch alle weggelaufen, haben ihn doch alle alleine gelassen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger nicht nur erschrocken waren, weil sie dachten, da ist ein Gespenst. Oder dass sie auch erschrocken waren, als sie merkten, das ist wirklich Jesus. Dass sie vielleicht nicht nur fröhlich waren zuerst, sondern dachten, mindestens die Sorge hatten, wird er uns jetzt tadeln? Oder schlimmer? Und so hatten auch die Brüder in der Josef-Geschichte solche Angst, als sie erkannten, dass es Josef ist. Und ist das nicht spannend, oder? Die Brüder erkennen doch Josef in dieser Josef-Geschichte auch nicht. Und die Emmaus-Jünger, das haben wir jetzt nicht gelesen. Jesus geht mit ihnen spazieren. Sie erkennen Jesus nicht. Verrückt, oder? Und dann offenbart er sich ihnen, so wie Josef sich seinen Brüdern offenbart. Die Jünger sind erschrocken, können es nicht glauben, zweifeln. So wie auch wir vielleicht an der Ostergeschichte manchmal zweifeln und sagen, kann das sein? Kann ein Toter? Wieder auferstehen. Witzige Geschwister, die Jünger damals waren keine naiven Idioten. Man denkt immer so, die Leute früher, die waren dumm. Das stimmt nicht. Die Leute früher haben vielleicht andere Dinge geglaubt als wir, aber sie waren keine Idioten und auch nicht dumm. Und sie wussten vor allem eine Sache sehr gut und aus schmerzlicher Erfahrung aus ihrem Familienumfeld. Wenn einer tot ist, ist er tot. Und glaubt mir, die wussten besser als wir heute, wenn jemand tot war. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal jemand verloren haben, einen Familienangehörigen, ihn begleitet haben in den Tod. Man weiß das, wenn er tot ist. Als meine Großmutter neben mir gestorben war, das wusste man, das merkte man, die ist tot. Ist jetzt gegangen, die ist weg. Und genauso, ja, auch bei der Großmutter von meiner Frau. Das merkst du. Und die Jünger, damals sind viel mehr Leute gestorben in den Familien, die wussten, was tot ist. Leider wussten sie sehr gut. Sie wussten auch, wenn jemand tot war. Und sie wussten, dieser Jesus war tot. Und warum zweifeln sie? Weil sie das wussten, der war tot. Und weil sie genau wissen, der Tod ist eigentlich etwas Endgültiges. Das ist wie ein Punkt am Ende eines Buches. Punkt. Er war gestorben. Punkt. Und da kommt eigentlich, die Geschichte geht dann nicht weiter, zumindest hier nicht. An diesem Ort nicht für ihn. Und deswegen zweifelten zweifelten sie auch und waren nicht sofort wie irgendwelche dummen, leichtgläubigen Idioten sofort davon überzeugt. Ach, das ist ja Jesus. Erlebt wieder. Oh ja. Normal. Natürlich. Damit habe ich gerechnet. Ich wusste, dass du sofort wieder auferstehen würdest. Herr. Nein, im Gegenteil. Sie waren völlig am Boden. Und dann konnten sie es erst mal nicht glauben. Ihr habt vielleicht auch schon mal was Gutes erlebt, was ihr nicht nicht glauben konnte sofort. Weil es einfach zu gut war, um es sofort zu glauben. Weil man sich einfach nicht darauf einlassen will. Weil man dann denkt, dann ist es doch nicht wahr und dann bin ich enttäuscht. Ihr kennt das vielleicht. Also Jesus und Josef. Sorry, dass ich das jetzt hier nochmal einstreue. Aber dieser Vergleich, der ist für mich einfach so heftig. Und Jesus begrüßt sie und sagt, Friede mit euch. Und Josef in der Geschichte sagt zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht. Und das ist doch auch sehr ähnlich, oder? Die Brüder von Josef hatten große Angst vor Vergeltung. Die Jünger hatten Angst. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und dann dachte ich daran, boah, hat nicht Gott mit Jesus genau dasselbe getan, was er mit Josef getan hat? Okay, vielleicht nicht genau das selber, aber etwas sehr, sehr ähnliches. Josef sagt dann etwas sehr Interessantes in Genesis Kapitel 50, Vers 20. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Und das stimmte. Das mussten die Brüder auch zugeben. Sie hatten es nicht gut gemeint. Josef war nicht aus Versehen in eine Grube gefallen und dann verkauft, aus Versehen verkauft worden in die Sklaverei. Nein, das wollten sie. Sie wollten ihm dieses Böse antun. Sie wollten ihm sogar noch Böseres antun, haben es dann aber nicht übers Herz gebracht. Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist. Ein großes Volk am Leben zu erhalten. Geschwister, dieser Satz ist doch so, der passt doch so krass auf Jesus, oder? Ein großes Volk am Leben zu erhalten. Die Brüder, die eigenen Brüder meinten es so böse mit Josef. Sie hätten ihn fast getötet. Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Und das eigene Volk Gottes, das Volk Gottes, das Volk Jesu. Jesu war Jude. Jesus war Jude. Er war ein Israelit. Das waren seine Brüder, die ihn da ans Kreuz gebracht haben, die ihn verurteilt haben, die ihn, die geschrieben, geschrien haben, kreuzigt ihn, die ihn ausgelacht haben am Kreuz, die gesagt haben, steig doch herunter. Das waren seine eigenen Brüder. Grausam, schrecklich, oder? Wenn die eigene Familie einen so verachtet, verabscheut, ablehnt, es so böse mit einem meint. Die Menschen, die es gut mit mir meinen sollten, das ist doch eigentlich meine Familie. Das sind doch die Menschen, die es eigentlich immer gut mit mir meinen sollten. Und viele oder manche von euch haben es vielleicht auch anders erlebt, dass es eben nicht immer so ist, dass es die Familie gut mit einem meint. Oder manche Menschen aus der Familie es gut mit einem meinen. Aber eigentlich, wenn es einer gut meinen sollte, dann die Familie. Und wie schrecklich ist es, oder wie umso schrecklicher, wenn es nicht mal die eigene Familie mit dir gut meint. Und das hat Josef erlebt, das hat aber auch Jesus erlebt. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Johannes Kapitel 1. Was für eine schreckliche Erfahrung, die Jesus machen musste am Kreuz. Josef wurde nur für tot geglaubt, angeblich von einem Wolf zerrissen und das Herz von Josefs Papa damals zerbrach. Für Josefs Papa war Josef tot. Für Jakob war Josef definitiv gestorben, zerrissen von einem Raubtier. Grausam. Ein grausamer Tod für einen jungen Mann. Und Jesus war nicht nur tot geglaubt, Jesus wurde gründlich ermordet. Nach allen Mitteln der Kunst. Aber dann, und jetzt rede ich doch wieder ganz viel vom Kreuz und vom Tod, kommen wir zur Auferstehung. Denn Josef sagt ja, okay, das ist die eine Sache, ihr habt es böse mit mir gemeint. Aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Und Geschwister, so ist es. Gott meint es gut mit uns. Und Gott meinte es gut mit Jesus. Und Gott hatte mit Jesus einen guten Plan. Und hier kommt, und Gott hat bei Josef diesen Story-Twist gebracht. Ich nenne es einfach mal Story-Twist, diese Wendung. Josef sagt ja, Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Wenn Gott es nicht gewendet hätte mit Josef, wäre Josef im Knast gestorben. Dann wäre sein Leben nicht gut gelaufen. Es hätte kein gutes Ende gegeben. Und er hätte seine Brüder und sein Volk nicht retten können. Aber Gott nahm diese Geschichte, diese bösen Dinge, die passiert sind, er nahm das und bringt eine Wende, ein Twist. Er twistet die Story von Josef auf eine abgefahrene Weise, sodass Josef vom gefangenen Sklaven fast zum König von Ägypten wird, zum obersten Ratgeber des Königs, vom Oberst zum obersten Minister. Und er somit die Möglichkeit hat, sein eigenes Volk vor dem Tod zu bewahren. Geschwister, das hat Jesus für uns getan. Das ist doch Jesus, oder? Gott nimmt all das Böse, was wir, was damals sein Volk, seine eigenen Brüder mit ihm vorhatten, und twistet diese ganze Geschichte. Ja, Jesus stirbt am Kreuz. Diese Bosheit treibt es bis zum Äußersten mit Jesus. Aber das lässt Gott nicht einfach so stehen. Gott lässt diesem Bösen nicht das letzte Wort. Und das war auch Gottes Plan nicht. Sondern Gottes Plan war, diese ganze Geschichte zu wenden. Von Anfang an war das Gottes Plan, eine krasse Wendung in diese Geschichte zu bringen. Und deswegen, diese krassen Wendungen, die lassen uns erstmal auch bei Filmen. Ihr kennt sicher Filme, wo so am Ende dieser heftigste Twist ist. Ich liebe solche Filme, aber die sind krass. Man sitzt zum Schluss vorm Fernseher, der Abspann kommt und alle so, wenn es gut gemacht ist, alle so Alter, tschisch. Ne, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn es gut gemacht ist. Genau so, die Jünger. Damit haben wir nicht gerechnet. Was ist hier los? Was ist hier gerade passiert? Ist das gerade wirklich Jesus, der hier auferstanden ist? Wisst ihr, Gott ist ein Story-Twister. Gibt es dieses Wort? Er ist ein Wender, kein Pfannenwender, aber er ist ein Lebenswender. Gott kann Leben wenden. Gott kann auch unser Leben, Gott kann auch dein Leben wenden. So wie er hier, diese Sache mit Jesus, vom Tod ins Leben. Er twistet diese Story, diese ganze böse Situation von der Kreuzigung hinein in die Auferstehung. Er wendet Trauer zur Freude. Er wendet Dunkelheit in Licht. Er wendet Tod ins Leben. Er wendet das Böse und es kommt Gutes heraus. Wirklich, das kann nur Gott. Das ist etwas, was wir manchmal versuchen als Menschen, aber oft nur stümperhaft hinbekommen. Und wir versuchen das, glaube ich, weil das so in uns ist, weil wir, ja, weil Gott uns so geschaffen hat als sein Ebenbild. Wir versuchen auch, böse Dinge in Gutes zu wenden. Aber Gott ist so, so gut darin. Gott ist so gut darin. Und wegen diesem Twist und wegen dieser Wendung ist Ostern ein Freudenfest. Es ist ein Freudenfest. Und deswegen ist es kein Trauertag, kein Trauergedenktag, den wir heute feiern. Heute feiern wir die Auferstehung. Am Freitag haben wir getrauert. Da war Jesus am Kreuz. Aber heute, lass uns jubeln, lass uns dieses fröhliche Lied singen. Lass uns zusammen einstimmen in ein Loblied unserem Gott gegenüber. In ein Danklied für diese Wendung, die auch unser Leben, die Kraft hat, unser Leben zu wenden. Diese Wendung der Auferstehung kann unser Leben wenden in ein Auferstehungsleben. Auch wir können in der Auferstehung leben, liebe Leute. Das kommt zum Schluss. Ich darf das jetzt nicht vorweg nehmen. Aber Ostern ist ein unglaubliches Freudenfest. Deswegen ist Ostern ein Freudenfest. Vielleicht haben sich manche von euch gefragt, was ist daran so toll? Leute, es ist dieser Wahnsinns-Twist. Es ist diese wahnsinnige Wendung. Die Jünger waren begeistert. Wenn ihr mal in der Apostelgeschichte lest, wie Petrus über die Auferstehung gepredigt hat, wie er über die Kreuzigung, aber dann die Auferstehung, ihr merkt die Begeisterung dieses Mannes. Ihr merkt, er kommt nicht mehr klar darauf. Das ist die Begeisterung, die die Christen in die ganze Welt getrieben hat damals und es heute immer noch tut. Diese Begeisterung, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, aber eben auch die Tatsache der Auferstehung hat den Jüngern so einen Schub gegeben, dass sie in die ganze Welt gegangen sind. Und das musste jeder hören. Jesus Christus ist der Auferstandene. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und das ändert wirklich alles. Ohne die Auferstehung würde das Kreuz keinen Sinn machen. Wir Christen reden viel vom Kreuz. Und das gehört auch dazu. Und das ist auch wichtig. Denn die Auferstehung ohne das Kreuz wäre auch nichts. Die beiden brauchen sich. Die beiden gehören zu einer Geschichte, zu einer sehr wichtigen Geschichte. Und wie gesagt, diese beiden bilden eine unglaublich wichtige Wendung. Eine Wendung, die eigentlich alles auf dieser Welt gewendet hat. Und ihr sagt, das hört sich zu groß an oder es ist zu groß? Nein, es ist wahr. Wenn ihr euch mit Geschichte beschäftigt, diese Sache hat alles verändert. Diese Auferstehung, dieser Mann, diese Auferstehung und die Menschen, die hinausgegangen sind und diese Auferstehung verkündet haben, das hat alles verändert. Das war der absolute Game Changer, wenn ihr so wollt, in der Geschichte. Aber ohne die Auferstehung macht das Kreuz keinen Sinn. Jesus wäre einer von vielen unbequemen Menschen, die man dann irgendwann aus dem Weg geschafft hat, weil man das einfach nicht mehr hören wollte. So wie Johannes der Täufer. So wie viele andere bekannte Persönlichkeiten oder nicht so bekannte Persönlichkeiten, die einfach genervt haben. Die einfach zu viel Wahrheit aufgedeckt haben, die dann irgendwann beseitigt werden mussten. Jesus wäre einer von vielen Propheten gewesen, die in Jerusalem ermordet worden wären. Er wäre der Letzte in der Reihe vielleicht gewesen, aber er wäre nur einer von diesen Propheten. Und das Ende am Kreuz wäre nur ein weiterer Beweis dafür, dass es sich nicht lohnt, in diesem Leben gut zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber dass es sich einfach nicht lohnt, ein Gerechter zu sein. Dass es sich nicht lohnt, die Wahrheit zu sagen. Dass es sich nicht lohnt, sich für andere hinzugeben. Dass es sich nicht lohnt, zu lieben. Das trifft es eigentlich am besten. Das Kreuz wäre ein schrecklicher weiterer Beweis dafür, dass es sich, dass man dieses Leben einfach nur ausnutzen muss. Einfach für YOLO. Denn schau mal, was passiert denn mit denen? Was passiert denn mit denen, die sich selbst hingeben? Was passiert denn mit denen, die die Wahrheit sagen? Was passiert denn mit denen, die für andere leben? Die enden so. Also werde ich nicht so enden. Also werde ich ein ganz anderes Leben führen. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann würde ich sagen, ja, es ist so. Ein weiterer guter Mensch fand den Tod. Ein weißer, großer Mann wurde aus dem Weg geschafft. Aber die Auferstehung verändert alles. Lass uns noch einmal zum Schluss Paulus lesen. In 1. Korinther 15, da sagt er etwas sehr, sehr Wichtiges. 1. Korinther 15, 17. Und er sah das genau so. Wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann ist unser Glaube nichts wert. 1. Korinther 15, Vers 17b bis 20. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann glauben wir an einen riesigen Hoax, an einen riesigen Witz. Wir laufen einer Illusion nach, einer Fata Morgana, sagt Paulus. Aber so ist es nicht, Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Geschwister, für Paulus hat die Auferstehung Jesu alles verändert. Wirklich alles. Und er hat selber den auferstandenen Jesus getroffen. Und ohne diese Auferstehung, sagt Paulus, wäre das Kreuz nichts wert. Dann wären unsere Sünden immer noch auf uns. Warum? Wisst ihr, was die Auferstehung eigentlich oder ein Teil der Bedeutung dieser Auferstehung ist auch, dass Gott Jesus als Messias bestätigt hat. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er nicht der Messias gewesen. Wenn Jesus nicht der Messias gewesen wäre, dann wäre dort nur irgendein Mann, irgendein guter Mann an einem Kreuz gestorben. Und grausam. Aber wenn Jesus der Messias ist, dann hat sich dort am Kreuz der Messias für unsere Sünden hingegeben. Hat dort für uns die Schuld getragen. Hat dort für uns gesühnt. Und woher wissen wir, dass er der Messias ist? Und nicht irgendein Mann? Durch die Auferstehung. Und nur durch die Auferstehung. Ja, Gott hat Jesus, das sagt Petrus in Apostelgeschichte, Gott hat Jesus mit vielen Zeichen bestätigt, dass er der Messias ist. Aber wisst ihr, das größte Zeichen, dass Jesus wirklich der Messias war, ist die Auferstehung. Und ich glaube, das hat die Jünger unglaublich, ja, unglaublich gestärkt in ihrem Glauben. Wisst ihr, unser Jesus, das war nicht nur ein großer Prophet. Nein, es war der Messias selber. Und woher wissen wir das? Er ist der Auferstandene. Er ist der Auferstandene. Und deswegen hat er unsere Sünden tilgen können am Kreuz. Geschwister, die Auferstehung ist so unglaublich wichtig. Lass sie uns, weiß ich nicht, lass sie uns mehr feiern. Lass sie uns mehr wertschätzen. Lass uns mehr über die Auferstehung reden. Lass uns mehr, ja, lass uns mehr in unserem Glauben stärken dadurch, dass Jesus wirklich der Christus ist. Ich weiß, manche von euch, genau wie ich, manchmal zweifelt man und denkt so, hm, stimmt das alles? War Jesus wirklich derjenige, der er sagte, dass er es ist? Und dann schaue ich auf die Auferstehung. Und dann sehe ich das, ja, doch, dieser Jesus, er ist auferstanden. Die Jünger haben das felsenfest geglaubt. Die Jünger sind mit dieser Überzeugung hinausgegangen in die ganze Welt. Die Jünger sind für diese Überzeugung gestorben. So sehr haben sie daran geglaubt, dass sie ihr eigenes Leben riskiert und gegeben haben, verloren haben für diesen Mann, der für sie der Messias war. Das wussten sie. Woher? Durch die Auferstehung. hat Gott ihnen für sie ganz klar als Messias erwiesen. Und jetzt komme ich wirklich ganz, ganz, ganz zum Schluss noch einmal auf diesen Punkt. Wisst ihr, viele, die vielleicht zuhören, brauchen genau diese Auferstehung in ihrem Leben. Und das brauchen wir alle. Wenn du diese Auferstehung in deinem Leben noch nicht erlebt hast, denn das möchte Gott. Gott hat Jesus auferweckt. Nicht nur, dass Jesus lebt, sondern dass wir alle leben können. Es ist seine Auferstehung, die ist auch für uns. Sie ist nicht nur, dass wir sehen, ja, Jesus ist wirklich der Messias. Sie ist auch, er ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Und er möchte, dass viele Menschen auch noch diese Auferstehung erleben. Er möchte, dass viele Menschen dieses neue Leben kennenlernen. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Leben nach dem Tod. Ich rede davon, dass du die Auferstehung und die Kraft der Auferstehung jetzt schon erleben kannst. Jetzt in diesem Leben. Heute. Im Jahr 2020, in der Corona-Krise. Vielleicht ist das die Zeit für dich, eine Auferstehung in deinem Leben zu erleben. Vielleicht bist du hoffnungslos. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo die Jünger waren. Vielleicht bist du frustriert und deprimiert. Du fühlst dich alleine und bist einsam im Lockdown. Und Jesus war auch im Lockdown. Er war so gelockt, dass ein Riesenfels vor seinem Grab lag. Die Jünger waren auch in Quarantäne. Die haben sich in einem Raum verkrochen. Die hatten Angst. Und Jesus ist in ihre Quarantäne gekommen. Und sie haben gesehen, er ist der Auferstandene. Der Tod ist nicht der Sieger, sondern das Leben siegt. Gott siegt. Gott ist das Leben. Das hat Jesus doch selber gesagt. Hey, wenn du da bist, wenn du sagst, ich brauche eine Auferstehung. Mein Leben, ich brauche diesen Story-Twist in meinem Leben. Wenn jetzt kein Story-Twist in mein Leben kommt, bald, dann geht es mit mir in die Dutten. Dann fahre ich gegen die Wand. Dann wird mein Leben böse enden. Es wird ein böses Ende mit mir nehmen. Und ich weiß, es gibt viele solcher Leute, wo es wirklich so ist. Ich sage sogar, es ist bei jedem von uns so. Ohne Gott und ohne Jesus wird es böse mit uns enden. Das hat Jesus so klar gesagt. Da werden wir ins Nichts laufen. Da laufen wir letztendlich, richten wir uns selber, hat Jesus gesagt. Da bleibt unsere Schuld, wie Paulus sagt, da bleibt unsere Schuld auf uns. Wenn wir nicht diesen Story-Twist erleben in unserem Leben, wenn nicht diese Wendung kommt, die nur Jesus Christus bringen kann in unser Leben, dann laufen wir gegen die Wand in Ewigkeit. Aber das ewige Leben, die Vergebung der Sünden. Und jetzt schon, wisst ihr, das liegt mir so auf dem Herzen, wisst ihr, wir Christen predigen nicht nur eine Hoffnung nach dem Tod, ein Leben nach dem Tod. Ja, das predigen wir und daran glauben wir felsenfest, dass auch unser leiblicher Tod nicht das Ende ist. Auch von den Menschen, die jetzt sterben an Corona oder egal an was, das ist nicht das Ende. Wir glauben felsenfest, dass es weitergeht. Aber wisst ihr was, dieser Story-Twist und diese Wendung, die möchte Jesus jetzt schon, wenn dieses dein Erdenleben bringt. Dein Leben soll jetzt schon eine Wendung erfahren, nicht erst auf dem Totenbett, sondern jetzt möchte Jesus alles in deinem Leben auf den Kopf stellen und neu machen. Und jetzt möchte er dir ein neues Leben schenken, nicht erst als alter Kreis auf dem Totenbett. Oder wenn du dann vor ihm stehst in der Ewigkeit, nein, jetzt. Jetzt brauchst du diesen Story-Twist, jetzt brauchst du diese Wendung. So wie Josef, Josef brauchte sie mitten in seinem Leben, musste Gott sein Schicksal wenden. Ganz ernsthaft, ihr könnt diese Wendung erleben. Und das ist die Botschaft, die wir als Christen für euch haben. Jeder, der das noch nicht erlebt hat in seinem Leben. Diese Wendung, diese große Wende, diese große Hinwendung zu Gott, aber auch Gottes Hinwendung zu dir. Wenn du dich zu Gott wendest, dann wird er sich dir zuwenden. Das verspricht dir das Wort Gottes. Diese Wendung brauchst du. Ich lade alle ein, die hier jetzt am Gottesdienst zugehört haben, die sich noch nicht Gott zugewandt haben, die das noch nicht erlebt haben, diese Erneuerung in ihrem Leben, dieses neue Leben, das stärker ist als der Tod, in Ewigkeit. Das ist ewiges Leben, was Jesus dir jetzt schon schenken kann und möchte. Dafür ist er gestorben und auferstanden, dass du dieses neue Leben, dass du diese Wendung erleben kannst. Dann bete jetzt gleich mit uns ein Gebet und lad Gott ein, wende dich Gott zu in diesem Gebet. Und auch gerne nach diesem Gottesdienst, komm uns gerne hier auch mal besuchen in unseren Räumen, wenn du dich traust. Komm in unsere Gemeinde sonntags, sprich uns an, wir sind alle hier. Wenn Corona vorbei ist, dann komm bitte hierher. Komm nicht jetzt hierher, solange diese ganzen Quarantäne-Sachen noch sind. Aber dann wollen wir wieder, und wir freuen uns schon so darauf, wieder Großgottesdienst feiern. Und dann kommen einfach mit dazu, zu all den anderen Menschen, die das schon erlebt haben, diese Wendung in ihrem Leben, dieses neue Leben, dieser neue Anfang mit Jesus, diese Auferstehung mit Jesus. Ich habe das erlebt und wirklich, glaub mir, ich will mein Leben nicht ohne diese Auferstehung haben. Ich will mir nicht vorstellen, das klingt immer so dramatisch von wegen, ja, dann wäre ich jetzt so voll am Ende und so. Nein, ich will trotzdem, ich will mir mein Leben trotzdem nicht, selbst wenn es nicht so wäre, dass ich jetzt schon irgendwie in der Gosse liegen würde ohne Gott. Selbst wenn ich jetzt ein ganz normaler Dude wäre, aber ich möchte mein Leben einfach nicht ohne Gott leben. Ich möchte diese Leere, dieses, ja, diese Nichtigkeit, das möchte ich einfach nicht. Ich kann mir mein Leben nicht mehr vorstellen ohne diesen Punkt in meinem Leben vor vielen, vielen Jahren, wo ich mich Gott zugewendet habe und erlebt habe, dass er sich mir zuwendet. Ohne diesen Punkt, wo er mir meine Sünden vergeben hat, mir das ganz klar zugesprochen hat und ich dieses Geschenk angenommen habe im Glauben. Das möchte ich nicht missen in meinem Leben, wirklich nicht. Es hat mein Leben gewendet, verändert, erfüllt mit einer Fülle, ja, die es meiner Meinung nach nur gibt mit Gott und in Gott und mit nichts anderem. Wir können unser Leben zuschütten mit Bullshit oder auch mit guten Dingen, aber es wird uns nicht satt machen, dauerhaft. Es wird uns nicht, zumindest die, also, ich weiß, das ist meine Erfahrung, das macht einen einfach nicht satt. Aber Gott, Jesus, dieses Auferstehungsleben, dieses neue Leben, ist ein Leben in der Fülle, wirklich, das ist ein Leben in der Tiefe, das ist ein Leben gegründet, den Glauben, ein Leben der Hoffnung. Es ist nicht ein Leben der Hoffnungslosigkeit, es ist kein Leben des Pessimismus, es ist kein Leben, was nach hinten gewandt ist, es ist ein Leben, was nach vorne gewandt ist, was nach vorne schaut im Vertrauen und in der Hoffnung auf Christus. Ich kann euch nur sagen, nehmt dieses Leben, dieses neue Leben an, lebt mit uns zusammen dieses neue Leben, vertraut dem Auferstandenen und feiert mit uns heute die Auferstehung. Ja, lasst uns zusammen einfach beten und dann werden wir uns noch ein Video anschauen von unserem lieben Bruder Markus Egger, der hat nämlich hier gestern ein sehr schönes Lied aufgenommen, was eigentlich sehr gut zu dem Thema passt, Neuanfang, neues Leben, Auferstehung. Ich bete jetzt aber mit euch und wie gesagt, jeder, der jetzt Jesus in sein Leben einladen möchte, jeder, der sagen möchte, ich brauche diese Wendung in meinem Leben, und zwar eine Wendung zu Gott hin, der betet jetzt einfach mit mir mit und alle anderen dürfen auch gerne mitbeten. Lass uns beten. Herr Jesus, wir feiern heute diesen Tag, weil dieser Tag alles verändert hat, weil deine Auferstehung alles verändert hat. Ohne deine Auferstehung, Herr, was wäre dein Kreuz wert für uns, Herr? Aber, Herr, das Kreuz und die Auferstehung, Herr, da sehen wir einfach, wie gut du bist. Wir sehen deine Liebe am Kreuz und deine Hingabe, deine Bereitschaft, sich für uns aufzuopfern, ja, für die Sühnung unserer Sünden, unsere Schuld auf deine Schultern zu nehmen, Herr, diesen schweren Weg zu gehen, aus Liebe. Herr, wir preisen dich so sehr dafür. Herr, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar, Herr, für deinen Opfer. Du bist, ja, unser Passalam geworden. Wir preisen dich dafür, Herr. Du bist das Lamm Gottes. Herr, aber was wäre all das ohne deine Auferstehung? Herr Jesus, ohne diesen Neuanfang, ohne dass wir sehen, dass, ja, dass du dich nicht vom Tod halten lässt und dass der Tod nicht über dir steht, sondern dass du über dem Tod stehst und dass du das letzte Wort, dass das Leben das letzte Wort haben wird, immer und überall und auch am Ende der Geschichte und auch am Ende unserer Geschichte, wenn wir wollen. Herr, und so beten wir jetzt, Herr, ich möchte mich dir neu zuwenden. Jesus Christus, ich möchte, dass mein Leben eine Wendung nimmt. Herr, ich brauche eine Wendung in meinem Leben, so wie Josef sie erfahren hat, so wie Jesus sie erfahren hat. Herr, ich möchte nicht länger wie tot in meinem Grab liegen. Herr, ich möchte endlich wahres Leben spüren, empfangen. Herr, und so wende ich mich jetzt an diesem Tag zu dir in dem Glauben, dass du die Quelle des Lebens bist, dass ich in dir die Vergebung meiner Sünden finde und dass du mir schon vergeben hast. und ich bitte dich, Herr, sei du der Herr meines Lebens, sei du die Quelle meines Lebens. Auf dich möchte ich vertrauen und ich glaube daran, dass du, ja, dass du mein Leben verändern wirst, Herr. Amen. Amen. Ja, ich wünsche euch allen noch superschöne Ostern, ein wunderschönes Fest. Ja, schreibt gerne noch Kommentare auf YouTube, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr es auch da in die Kommentarspalte tun. Oder wir können uns dann vielleicht connecten, keine Ahnung, wir können uns vielleicht auch noch mal so dann einfach schreiben, wenn ihr ganz neu seid in dieser ganzen Glaubensgeschichte. Cool, dass ihr dabei wart. Jetzt kommt aber noch das Lied von Markus und dann wird auch unser Lobpreis-Team noch einen Song spielen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.